Musik So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Vorstellungsvideo. Hier geht es erst mal um unseren Kanal, denn wir, das sind einmal ich, Anton, Tom und Fredy. Hallöchen. Wir sind drei Typen aus Mecklenburg-Vorpommern und wir haben richtig Bock für euch Let's Plays zu machen. So, ich würde sagen, Fredy fang doch mal an dich vorzustellen. Hallo, ich bin Fredy, bin 15 Jahre alt und gehe in die 10. Klasse und ja, mein Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern. Hier kommen wir auch alle her und ja, das war's über mich. Ich übergebe jetzt zu Tom. Hallo, ich bin Tom. Ich bin 16 Jahre alt und werde auf diesem Kanal nicht selbst aufnehmen, keine Singleplayer-Let's Plays machen. Aber ich würde in verschiedenen Multiplayer-Let's Plays mitwirken. Anton, du bist dran. Ja, ich bin Anton, bin 16, komme wie die anderen beiden auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin quasi der für die ganzen, die ganze Scheiße. So. Ja. Ja, für alles drumrum. Wisst ihr. Anton ist quasi unser Headquarter. Es war seine Idee gesehen. Und deswegen wird auch alles auf seinem Boden wachsen. Genau, ich gieße die Pflanzen. So, was haben wir jetzt noch? Wir wollen auf dem Kanal Let's Plays machen. Beziehungsweise Fredy hat vor, Tutorials zu machen. Und ja, Fredy, was stellst du dir darunter genau vor? Also, was ich zuvor erst machen werde, sind wahrscheinlich Tutorials, Überinstallationen und so weiter. Und wahrscheinlich Clash of Clans, weil da braucht man jetzt nicht so die Grafik dafür, oder die Leistung halt. Genau, und dazu müssen wir noch sagen, Fredy bekommt erst, keine Ahnung, vielleicht dieses Jahr noch, oder erst Anfang des nächsten Jahres eine neue Grafikkarte, denn seine alte Grafikkarte ist nicht die beste. Ja, dann werde ich wahrscheinlich noch Spieltests machen, über Playstore oder so. Und ja, mit meinem neuen Equipment werde ich dann Minecraft, CSGO, Black Ops 2, Battlefield 4, War Thunder oder auch GTA 5, Let's Playen. Und wahrscheinlich auch Kampagnen oder so davon aufnehmen. Und ja. Ja, das hört sich doch schon sehr gut an. Gut, dann kommen wir mal zu den Multiplayern, die wir spielen wollen. Das ist einmal Altes, also Arma 3 mit der Altes-Live-Mod. Das werden ich und Tom spielen. Jawohl. Genau. Denn wollen wir noch Minecraft machen. Das werden hauptsächlich ich und Fredy sein. Aber Tom kommt natürlich auch öfter mal eins dazu. Genau. Genau. Fredy, sag doch mal, was wir in Minecraft genau vorhaben. Ja, wir sind heute schon auf Zeit Lemurring auf einem Server, der sich Eldercraft nennt. Wir haben da uns schon mal ein bisschen eingenistiert und gefällt es da auch relativ gut und würden auch dafür ein bisschen, wie nennt man das so, werben. Genau. Eldercraft ist ein richtig geiler Server mit dem Hauptaugenmerk auf RP. Also nicht Roleplay, sondern Real Life. Nee, warte mal, RL, nicht RP. Ups, da war ich gerade ein bisschen verpeilt. Denn RP, da geht es ja in Altes drum. Und Real Life Server, das heißt, dass man da sich seine eigene Existenz erst aufbauen muss. Genau. Und Eldercraft hat eine richtig geile Community und macht richtig viel Spaß, da drauf zu zocken. Gut. Denn werde ich mit noch einem Kumpel von mir LS15 aufnehmen. Ja. Und ab und zu... Ach, warte mal, wir sind ja noch gar nicht mit Minecraft durch, ne? Tom, was wollen wir denn in Minecraft noch machen? Badwars. Genau. Badwars und andere Minigames. So, na gut, das sollte es jetzt aber zu Minecraft gewesen sein. LS15, habe ich gesagt, da werde ich mit einem Kumpel von mir noch zocken. Da steht noch nicht fest, welche Map oder so wir spielen und mit welchen Mods. Das überlegen wir uns alles noch. Und dann noch War Thunder, das wollen wir auch ab und zu noch machen. Genau. Ja. So. Denn wie oft kommen Videos bei uns? Wir versuchen natürlich so ziemlich jeden Tag ein Video rauszuhauen. Aber nicht böse sein, wenn es mal kein Video von uns gibt. Denn wir müssen ja, beziehungsweise wir sind ja auch noch Schüler. Und da kriegen wir das öfter mal eins vielleicht nicht hin aufzunehmen und Video hochzuladen. Also seid uns bitte nicht böse, wenn mal kein Video kommt. Aber da werden wir euch denn auch im Laufe des Tages, wenn das Video kommen soll, informieren, ob es kommt. Oder beziehungsweise wenn es nicht kommt, werden wir euch informieren, dass es nicht kommt. Gut. Haben wir sonst noch was? Also von meiner Seite nix mehr. Von meiner auch nicht. Gut. Denn soll es das glaube ich erstmal gewesen sein, ne? Beziehungsweise eins hätte ich noch. Wir wollen auf diesem Kanal Spaß haben. Nicht nur wir alleine, sondern mit euch. Mit euch, der Community. Daher können in den Multiplayern von euch gerne welche mitmachen. Da haben wir sehr viel Bock drauf. Gut. Denn soll es das gewesen sein mit unserem ersten Video auf unserem neuen Kanal. Und denn bis morgen oder vielleicht sogar noch heute, wenn ich es schaffe, noch ein Video hochzuladen. Gut. Denn auf Wiedersehen. Unsere.